Hallo, hier ist Hund unterwegs. In diesem Video stellen wir Ihnen eine wunderbar wandelbare Tasche fürs Auto und für unterwegs vor. In vier Netztaschen mit Klettverschluss, dem isolierten Hauptfach zum Frischhalten von zum Beispiel Wasser und Futter, einer Einstecktasche für zum Beispiel Papiere, der seitlichen Netztasche und einer Tasche mit Zugverschluss, hat alles rund um den Hund seinen Platz. In Sekundenschnelle ist aus der praktischen Umhängetasche ein ebenso praktischer Autohelfer geworden. Im Auto wird die Tasche mit zwei Klicks an der Kopfstütze und zum Stabilisieren an der Lehne befestigt. Das isolierte Hauptfach zum Frisch- oder Kühlhalten von Wasser und Futter finden wir sehr praktisch, gerade im Sommer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir finden, diese Tasche ist super durchdacht. Musik 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 Es ist im Auto alles an seinem Platz. Die Papiere der Hunde, das Spielzeug, die Pfeife und vieles mehr. Auch in der Umhängetasche ist alles dabei, sogar ohne lästiges Umpacken. Viel Spaß bei allen Aktivitäten mit Ihrem Hund wünscht Ihnen Ihr Hund-Unterwegs-Team. Musik 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 Musik